Im Moment kommt Roger Whittaker angefahren, wir können es kaum glauben, bis hier vorne vor und fährt, macht einmal die Scheibe runter, da ist er wahrhaftig, Roger Whittaker heute hier. Hans-Günter Berner wartet schon, hi Roger, how are you? Hi, wie geht's? Alles okay, du sprichst besser Deutsch als ich. Nein, nein. Hossa Hossa TV, so heißt der Sender, den Sie einschalten bei YouTube. Abonnieren, abonnieren. Abonnieren. Abonnieren.